Heute ist ja das DFB-Pokal-Finale gewesen, dachte mir so, hey, wenn man Leipzig und Dortmund im Finale hat, wird es ein spannendes Spiel, könnte ein gutes Spiel werden. Das sieht man einfach mal. Wer Bayern-Verfolger ist, bleibt sich. Und wer jetzt nicht gerade ist, Dortmund. Aber wer von den beiden eigentlich insgesamt besser ist. Ja, Dortmund besiegt Leipzig viel zu eins, finde ich auch besser. Dortmund hat es mehr verdient, meiner Meinung nach. Nach vier Jahren, glaube ich, wieder einen Titel zu kriegen, wenn das richtig ist. Na, ne, nach vier Jahren holen sie den DFB-Pokal mal wieder. Auf jeden Fall, traurig. Ah, okay, bis auf einen Schuss. Sind alle bei Leipzig reingegangen, Tore sind in der fünften Sicht, Sancho, Vollerger, Dahoud. Es war schon in der Halbzeit klar, dass Leipzig verloren hat in der 28. Minute. Macht Halan, Vollergeräus, 2-0. Sancho, Vollergeräus macht das 3-0. Kuhnbund und Kunku machen nochmal die Hoffnung, die aber in der 87. Minute von Haaland und Sancho wieder zerstört werden. Ohne Witz, dafür, dass er schon länger nicht mehr gespielt hat. Der Haaland ist ja trotzdem on fire, ohne Witz. Und er bleibt ja noch ein Jahr. Das heißt, man kann auch schön ein Jahr Fußball von ihm sehen. Bin ich auch froh drüber. Noch eine Minute läuft das Spiel. Vielleicht fällt ja noch ein Tor. Vielleicht macht es sich Leipzig noch anseliger, als es schon ist. Dortmund Haushof verdient und gewonnen. Finde ich auch besser so.